hallo schön meine lieben leute und herzlich willkommen zu einem neuen video auf dem gameplay stone kanal und zwar spielen wir heute eine runde lucky race mit dem guten dominik an meiner seite ja du hast mich jetzt voll in die kamera gespackt jetzt haben die leute mein inneres gesehen und zwar wer nicht weiß wie es funktioniert und zwar werden wir jetzt warte bevor du loslegst ich werde zeigen muss man hier eine gewisse bahn ablaufen mit verschiedenen blöcken die geile items beinhalten also das heißt gemordete entschuldigung gemordete geile items damit die leute wissen was es ist und bis dahinten und dann werde ich mich ausrüsten hoffentlich mit geilem zeug und hoffentlich kackt das nicht wieder ab ich habe gerade nämlich vier stacks erfahrungspunkte bloß noch hätte ich so verzaubern können ich hätte ich so futsch machen können junge oder auch nicht okay schon meine spitze also du musst mir die rechte schon wieder geben für die tru ich kann nämlich öffnen gibt mir doch mal allgemein richten für dein ding so ich bin bereit bist du auch bereit auf jeden fall lasst doch gerne eine bewertung da schaut beim dominik auf seinem kanal vorbei er wird sich darüber freuen und dann ja dann wisst ihr bescheid können wir jetzt loslegen nein 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 spaß go oh mein gott ich habe butter ich habe butter block bekommen also ich brenne ich brenne ich habe verorten das fleisch bekommt alter dann weg ich dich weg weißt du was ich bekomme brot ich habe vier stecks erfahrungsfläche ich habe zwei bilden und 64 freile doch er ist auch gut ich glaube hier ein bisschen liebe für dich liebe alter ganze die rüstung ja ich habe wieder erzeugt geil geil ich habe ein ganzes deck tnt bekomme ich habe wieder die kiste guck mal wie schnell ich bin guck mal wie schnell ich bin guck mal wie schnell ich bin guck wenn mich das spiel jetzt verarschen das ist das dritte kiste wo ich ein bogen und ist der pfeil ab jetzt verpiss dich rüber sollte sie nur eine zeit das hast du jetzt da reingehauen ich kriege schaden ich habe stärke frank und ich habe wieder ich habe wieder den dienen aber ich muss die spiel bus aus dem haa geil ich habe kreiber zeuge ich auch ergehen die dann nur auf dich los oder auf beide ich habe ich habe ich kann mir auch gold ab zu machen ich habe auch steckt tnt aber auch ich habe ich habe einer perle weißt du was ich könnte mich jetzt voll einbauen ich habe bedrock bekommen was wird das schirm let's play sagen wie geil eine geile enterpor so weißt du was nein ich werde verlieren warum weil ich keine waffen habe mein apfel ist reingefallen oh mein gott ich sag's dir nicht was ich bekommen habe ich habe kein apfel mehr ich habe gar nichts was ich habe ich kann dich nur mit dem bogen töten ich kann nicht mit einem sehr sehr starken herz herz ja ich kann nicht mit dem herz schlagen genau dominik ok wir können beginnen von mir aus waiting for love waiting for damit werde ich entöten freunde siehst du das ich schieße jetzt in die luft ich mache mir ich mache mir eine zweite waffe weil das wird bis heute können ich könnte auch verzaubern ich bin so nett und nimm ein normales die erschwert und kein 1000 angriff schaden schwert scheiße ich habe kein lapis ja ich glaube bei skywars ist es bei dings ist es ja so dass du kein lapis brauchst um zu verzaubern da brauchst du glaube ich nur ja ich glaube bei skywars oder bedwurz oder so war das ja ob lass mich doch mal endlich mal rübersporn ja weit ich muss ja auch noch kurz verzaubern ich habe ja auch noch mal ist hier so ein bisschen level darf ich mir theoretisch was hier abbauen oder das heißt also wenn ich jetzt holz bräuchte mir holz hier weg das ich mir wenigstens mal eine waffe machen kann ach so kannst du bist so am arsch er steht ist wahrscheinlich die ganze zeit ich habe ich kann mein tnt nicht anzünden wobei ich könnte mir ein stack druck platten machen oder ein halben nein das darf man nicht schon fair ich habe ich habe ich habe ich habe gold ich habe gold ich habe einen penis definitiv nein das kommt dahin creeper kann ich anstatt spitzhack für das ist ich mache ich noch lieber gold wir können in den tag das bräuchte ich mache ich dich mit dem holz wird jetzt karls junger ich mache dich jetzt mit dem holz schwert ok 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 wenn es so ist ich tippe dich gehabt weißt du nett dann kannst du noch verzaubern hier ich will nicht ich will schon für wir machen wir machen ernst das alles klar ok aber wir zählen bis drei diesmal weiter weg ok ich hab so haben wir wirklich ernst machen naja schon zu spaß ernst aber trotzdem das ist halt kann man loslegen also sagt mir noch ob ich meine beste waffe benutzen soll oder meine schlechteste wo ist mir egal nutz irgendwas los ok ja ok erstmal stärke trank wie sie kann wie kann ich denn die creeper benutzen also ist das friedlich tut mir leid siehst du denn schalt mal bitte um habe ich doch den boost ich kann ach scheiß drauf ja moin alter ok wenn es so ist ich gehe weg ich gehe weg scheiße ich bin wieder bei meinem stärke trank guck mal ich mach dir alle one hit also du hast meine komplette rüstung gefickt ja freunde hat mich ordentlich gefickt aber ich habe eigentlich denke ich mal mein bestes getan oder was sagst du also ich habe ja versucht dich auf die weite aber du hast ja selber in der pearls gehabt ich habe mein ziel war es eigentlich naja hättest du nicht so ein über krasses schwert gehabt hätte es noch eine runde reicht erst mal damit sie wenn man sehen können wie die bewertungen darauf sind nehme ich wollte noch kurz mal ein schlachtplan kurz mal erklären kannst du ja den schlachtplan sagen okay du hattest ja keine richtigen du hast ja ein krankes schwert gehabt und jetzt hast du keine rüstung wenn fick dich da ist dass wir erklären also ich wollte eigentlich die die ganzen creeper um die ohren hauen weil wenn du ein normales schwert gehabt hätte es hättest du sie ja nicht so schnell weg gekriegt und dann wollte ich mich mit einer ender pearl wollte ich mich dann weg teleportieren und ich damit ein bogen den rest geben guter plan oder so dieses ding ist okay ich meine rüstung ist noch da du es auch ein krankes schwert damit ja ich habe noch drei schläge gebraucht okay ich mache mal tnt bewusst okay kommen wir treffen uns jetzt hier vor der trophäe und sagen den leuten noch tschüss alle leute ich hoffe euch hat dieser wunderschöne part gefallen wenn ihr mehr davon sehen wollt wisst ihr was ihr mit dem like button tun müsst einfach mal vergewaltigen und ja ordentlich draufhämmern und könnt gerne bewertung da lassen vielleicht habt ihr ja auch bock eine runde mal mitzuspielen oder so und dann sehen wir uns beim nächsten mal haut rein ich bin euer stone und tschüss tschüss tschüss